Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute habe ich mir mal ein Betriebssystem aus Germany rausgesucht, also aus Deutschland und zwar Blue Star Linux. Also Blue Star Linux ist mir das ein oder andere Mal schon hier und da mal über den Weg gelaufen, habe es aber irgendwie immer überscrollt, weil ich erst mal auch noch nicht so richtig wusste, was sind denn jetzt so die Kernthemen dieses Betriebssystems, was ist denn überhaupt die Daseinsberechtigung oder der Daseinsgrund, könnte man so sagen. Gut und das Ganze möchte ich heute mal etwas näher beleuchten. Also Blue Star Linux, hier steht, kommt aus Germany, allerdings ist der Hauptentwickler Amerikaner, müssen wir mal gucken und ist ein Arch-Betriebssystem mit KDE-Plasma-Desktop und wie man hier schon so ein bisschen auf dem Bild sehen kann, das sieht man natürlich nicht so richtig, hat das Ganze so ein bisschen Mac-Vibes, wie man so schön sagt, also mit einem Dock und oben die Leiste und unten, ja, wie gesagt, das Dock. So eine richtige Website gibt es nicht, es gibt lediglich einen Sourceforge-Link. Da gehen wir mal drauf, da kommen wir dann hier auf diese Seite, Blue Star Linux, so und da kommen wir hier nämlich brought to you by, der Hauptentwickler ist JG-Hot. So, der hier ist das im Prinzip, JG-Hot, wenn man da drauf geht, Jeff-Hot und Jeff-Hot kommt aus den Vereinigten Staaten. Wer der andere David76 ist, das ist leider nicht so ganz klar, hier steht nur Blue Star Linux und David76, das könnte im Prinzip ein Entwickler aus Deutschland sein oder vielleicht sogar derjenige, der das Projekt angefangen hat. Wir wissen es aber nicht so richtig. Gut, hier kann man sich dann schon mal ein paar superschöne Bilder anschauen und da wird einem auch schon ein bisschen klar, dass das Ganze so quasi ein festes Design-Konzept hat, was mich sehr freut, da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann gibt es hier unten Follow Blue Star Linux, da gibt es hier Blue Star Website, aber es ist keine Website, sondern im Prinzip ein Link auf Facebook. Und hier kann man jetzt schon mal ein bisschen mehr Informationen sich hier einholen. Es ist also eine Arch-basierte Linux-Distribution mit einer Menge von aktueller Software. Ja, und hier steht auch, dass Blue Star Linux sich selber auch nochmal in vier einzelne Distributionen aufteilt. Einmal in Blue Star Linux Desktop, Desk Pro, Desk Pro Developer und Desktop E17, welche den i86-Körnel und so weiter unterstützen und noch diverse Intel Grafik-Chipsätze unterstützen. So, hier wird dann noch beschrieben, dass das Ganze eben sehr an Arch angelehnt ist und somit immer auf aktueller Software beruht. Sehr interessant finde ich dann hier noch Blue Star Linux Provides KDM. Das ist gar kein Desktop-Manager mehr, der aktuell, ich glaube, KDE Plasma nutzt ja aktuell eigentlich SDDM, wenn ich mich nicht irre. Weiß nicht, ob KDM überhaupt noch weiterentwickelt wird oder ob das überhaupt noch ein Ding ist oder ob ich mich jetzt hier gerade völlig irre. So, als Standard. Es gibt noch Desktop E17 und dieses ist dann oder baut dann auf auf Enlightenment Version 17, also Enlightenment Desktop für Nutzer mit etwas leichterer Desktop Experience. Ja, und hier noch Blue Star Linux ist halt Systemd compliant. Gut, und das war es dann im Prinzip schon. Hier haben wir noch eine E-Mail-Adresse und den Link zu SourceForge. Habe ich die anderen Distributionen noch gar nicht gesehen. Da gucken wir gleich mal rein. So, das hier ist dann die letzte ISO, die erstellt wurde. Blue Star Linux 1.6. Also, das wird wahrscheinlich automatisiert immer wieder neu erstellt mit dem aktuellsten Arch Linux, welches ja immer am ersten des Monats quasi neu erstellt wird. Machen wir hier noch ein paar Dateien und da gibt es dann auch ein eigenes Repository, ein Blue Star Repository. Da ist dann noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen was drin an Firmware quasi und auch an Software. Und das war es im Prinzip schon, weil mehr habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ich habe auch kein Enlightenment Desktop jetzt hier gefunden, also dieses E17. Gut, sei es drum. Wir laden das Ganze hier runter. Einmal hier draufklicken, falls der Mirror zu langsam ist, dann einfach auf Problems Downloading klicken und dann hier, ich nehme immer gerne den NetColon Server, der ist den NetColon Mirror. Der ist für mich hier immer am allerschnellsten. Der lädt das Ganze dann innerhalb von wenigen Sekunden quasi runter, wenn man jetzt hier guckt. Also es sind vier Gigabyte an Daten und der lädt das hier in, ja, noch nicht mal eine Minute. Also sieht man hier, das sind wirklich nur ein paar Sekunden, die er das jetzt hier runterlädt. Ich breche das jetzt ab, weil ich habe das Ganze schon heruntergeladen und auch schon auf meinen Ventoy Stick draufgespielt. Hier steht schon USB, Sendest und so weiter, kann entfernt werden. Ich habe das nämlich jetzt schon draufgespielt und schon sicher entfernt. Und somit gehen wir jetzt auf meine Labormaschine und dann installieren wir mal BlueStar Linux. So, jetzt bin ich hier auf meinem Ventoy Stick und hier haben wir auch BlueStar Linux. Da gehen wir einfach mal drauf und starten das Ganze direkt von hier. Dann haben wir hier, ja, das sieht aus wie der einfache Linux Loader, also noch nicht mal Grub und das ist auch in Ordnung und ich gehe direkt hier auf BlueStar Linux UEFI. Jawohl. So, und schon sind wir hier auf, ja, der Live-Umgebung und hier sehen wir auch schon mal eine wichtige Benachrichtigung. Keymap Changes do not work in Plasma, in Plasma Wayland. Im Moment, also wenn ich jetzt die Tastatur, das Tastatur-Layout ändern, dann scheint das unter Plasma Wayland noch nicht zu funktionieren. Da soll ich stattdessen System Settings 5 benutzen. Okay. Gut zu wissen, falls wir da irgendwelche Probleme mit der Tastatur nachher haben, dann wissen wir, wo und dahin müssen. So, das ist im Prinzip das Design-Layout, so wie es dann nachher auch installiert wird. Hier oben haben wir dann das Dock, ein paar Desktop-Symbole haben wir hier. Tatsächlich auch unterschieden in der Kategorie, wenn das, so wie ich das so sehe. So, Homeholders out of this space, ja, sei es drum. So, dann haben wir hier unten noch das Dock, aber wir gehen mal hier auf BlueStar Linux Installer. Und da begrüßt uns auch der Calamaris Installer. Einer der besten Installer, ja, überhaupt, finde ich. So, jetzt können wir mal schauen, was wir denn haben wollen. Ah ja, okay. Hier haben wir dann die Installations, ja, Möglichkeiten Basic Desktop Pro und Developer. Ich werde jetzt einfach mal Pro installieren. Ich nehme mal an, da wird dann die meiste Software auch drauf gehauen. Und ja, gerne immer her damit. So, dann nehmen wir Desk Pro quasi. Leider gibt es auch nirgendwo eine, ja, Unterscheidung. Ich kann ja noch mal ganz kurz hier wechseln. Also, hier wird zwar so ein bisschen, ja, unterschieden, dass es eben diese verschiedenen gibt. Desktop, Desk Pro und Desk Pro Developer. Allerdings wird nirgendwo jetzt hier irgendwo beschrieben, was genau die einzelnen Unterschiede sind. Und deswegen nehme ich jetzt einfach das, ich nehme mal an, Desktop ist das Ganze, also es gibt einmal Basic. Ich nehme mal an, das wird dann wirklich ohne Zusatzsoftware sein. Dann gibt es Desktop mit diversen KDE Plasma, Desktop und Design. Dann das Pro mit haufenweise Software noch drauf und Developer noch mit zusätzlichen, ja, Idees und Entwicklungswerkzeugen. Ja, und das Ganze dann als Desktop-Version nochmal mit dem Enlightenment Desktop. Das nehme ich einfach mal an. So, jetzt aber wieder zurück zur Installation. Dann einmal weiter. So, Berlin hat er schon erkannt. Sehr gut. Es ist auch hier alles schon so schön auf Deutsch gestellt. Auch das finde ich sehr gut. So, Tastatur, das ist in Ordnung. Die nehmen wir so. Und jetzt kommen wir zur Installation, zu dem Installationsmedium. Ich finde, die Farben sind ein bisschen ziemlich verwaschen. So, da geht es, geht hier irgendwie vom Blaugräulichen ins Grüngräuliche rein und dann noch eine gräuliche Schrift. Das ist alles noch nicht so, ist nicht ganz so gut lesbar. Aber ist nicht so schlimm. Wir wissen ja, was wir machen wollen. So, als allererstes wähle ich die richtige Festplatte aus. In dem Falle die Veno Scorb 256 GB. Die will ich haben. Da soll das alles drauf. Und diese Festplatte möchte ich auch löschen. Da ist momentan noch ein Betriebssystem von letzter Woche drauf. Von RISI OS müsste da noch drauf sein. So, ein Swap brauchen wir nicht. Hier unten sehen wir auch, es wird dann ein EXT4 drauf gemacht. Also es wird kein ButterFS oder so. Das heißt, automatisches Timeshifting bei Updates zum Beispiel wird dann hier nicht möglich sein. Gut, sei es drum. Wir machen mal weiter. So, dann machen wir mal den Namen. Dann, der vollständige Name. So ein Typ im Internet. Dann Typ. So, das kann so bleiben. Dann das Passwort. Da wählen wir ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Wir möchten nicht automatisch einloggen, weil wir wollen schon uns einloggen. Und der Administrator soll dasselbe Passwort verwenden. Und einmal weiter. So, jetzt können wir hier schon das Erscheinungsbild uns aussuchen. Wir können uns quasi hier schon mal so ein bisschen, ja, durch die Designs durchscrollen. Ich, so wie es aussieht auf den Vorschauen, das ist nicht ganz so gut zu erkennen, so richtig. Aber so wie es aussieht, ist das Symbolset auch anders als auf den Screenshots auf der SourceForge-Seite. Denn so wie es aussieht, hat er als Symbol-Design das Candy-Design genommen, was man auch von Garuda-Linux kennt. So, ich habe jetzt die Qual der Wahl und entscheide mich jetzt hier einfach mal für, ähm, ich entscheide mich hier für den Mond, Moon over Sea, weil da der Kontrast am besten ist mit den, äh, ja, hellen Symbolen und dem dunklen Hintergrund. Können wir dann weitermachen. So, hier kommt nochmal die Zusammenfassung und dann würde ich sagen, einmal installieren. Jetzt installieren. Und jetzt heißt es einfach abwarten und Tee trinken. So, hier ist nochmal der Typ aus dem Off, äh, aus dem Schnittbereich. Ich will mal kurz erklären, was jetzt hier noch, äh, passiert ist. Und zwar gab es während der Installation dann hier so ein Fehler, äh, Fenster, dass hier irgendwelche Konflikte herrschen. Und, äh, ich wusste erst nicht, ob ich dazu gleich was sagen sollte. Und ich habe dann einfach auf Close gedrückt, äh, anstatt das auf Retry zu machen, weil Retry wird sowieso nichts, äh, ändern. Also hatte ich einfach auf Close gemacht. Und dann, äh, ja, hat im Prinzip, äh, der Installer versucht, das System eben zu updaten. Und ist dann genau hier an dieser Stelle einfach hängen geblieben. Und dann ist im Prinzip eine ganze Weile nichts passiert. Ja, und weil einfach gar nichts passiert ist, äh, die ganze Zeit, ich habe dann wirklich so zwei, drei Minuten gewartet, habe ich dann hier dieses kleine Fenster dann einfach geschlossen. Und dann kam auch eine Fehlermeldung, dass die Installation eben gescheitert und fehlgeschlagen ist. Und, äh, ich habe aber ja mitgekriegt, dass ja der Calamares im Prinzip soweit fertig war mit der Installation. Also habe ich das einfach bestätigt und dann den, äh, Rechner einfach händisch neu gestartet. In der Hoffnung, dass, äh, die Installation trotzdem erfolgreich war. So, die Installation, äh, war durch soweit. Die, äh, da kam leider eine Fehlermeldung, äh, die ich versucht habe zu verstehen. Da ging es irgendwie um Updates, dass er die nicht durchführen konnte, auf, wegen irgendwelcher Konflikte. Und, äh, deswegen habe ich das, die Installation quasi einmal abgebrochen und den Rechner einfach mal neu gestartet, um zu gucken, ob überhaupt das System installiert ist. Und jetzt befinde ich mich quasi gerade im Grub-Boot-Menü. Und, äh, es sieht ja hier erstmal ganz gut aus. Blue Star Linux. Und das starten wir jetzt einfach mal und schauen mal, ob, äh, er das System trotzdem jetzt starten kann. Trotz, dass ich da das, äh, Update abgebrochen habe. So, hier sind wir jetzt, äh, tatsächlich KDM. Es ist anstelle von SDDM KDM installiert worden als, äh, ja, Desktop-Manager. Dass wir hier das, äh, den richtigen Benutzernamen und so weiter erstmal eingeben und dann loggen wir uns mal ein. Mal schauen, ob das soweit funktioniert. Gut, das scheint tatsächlich erstmal ganz gut zu funktionieren. Äh, ja, KDM, äh, schreckt mich ein bisschen ab, weil das ist ja wirklich noch ein sehr, sehr altes KDE. Ist, ähm, und wir gucken mal, was wir da vielleicht auch machen können. So, unable to compile list of packages. So, äh, hier sind irgendwelche, äh, Konflikte tatsächlich. Nämlich, da geht es um Python Faust C-Shar-Set und Python-Shar-Set, die wohl in Konflikt sind. Und, äh, da muss ich mal, äh, schauen, wie wir das hier lösen, das Problem. Denn, das Update scheint nicht, äh, es scheint nicht zu funktionieren, solange dieser Konflikt eben existiert. So, äh, wir gehen mal in die Konsole rein. So, da haben wir hier schon mal schön lecker Neo-Fetch. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. So, und dann, äh, probieren wir auch gleich mal hier Vollbild und dann ein bisschen größer machen alles. Und dann sudo tagman minus s. Ah ja, ich habe, äh, keine Tastatur, deutsche Tastatur, alles klar. Lösen wir das Problem mal als erstes. Systemeinstellungen, Tastatur. So, Tastatur und so weiter. Dann Belegungen, Belegungen einrichten. Hinzufügen, Deutsch, OK. Dann können wir Englisch entfernen. Anwenden. Und dann gucken wir mal. Jawohl, jetzt klappt's. So, Fehler. Keine Datenbank konnte synchronisiert werden. So, dieses Problem tritt immer dann auf, wenn Pac-Man quasi gerade aktiv ist. Und, äh, immer wenn Pac-Man aktiv ist, wird eine sogenannte Log-Datei erstellt. Und diese Datei, äh, verschwindet normalerweise immer dann automatisch, wenn Pac-Man mit seiner Aufgabe fertig ist. So, hier ist es aber, äh, aufgrund der Fehlermeldung scheinbar einfach abgebrochen. Und somit ist diese, ja, Log-File immer noch da. Äh, das kann man, äh, herausfinden. Ich glaube, mit diesem Befehl, mit S, Y, U, V, kann man dann sehen, wo sich die, äh, Log-Dateien, äh, so alle befinden. So, das wäre dann hier diese Log-Datei, Log-File, D, B, L, C, K. Und, äh, die muss man einfach nur entfernen. Das reicht dann einfach aus. Also mache ich jetzt hier, äh, Rechtsklick, Kopieren. So. Und dann machen wir einfach sudo, rm, und dann einfach diese Datei, db, log. So, dann ist das Ganze fertig. Und jetzt kann ich nochmal, äh, schauen, ob ich die, äh, Datenbank nochmal synchronisieren kann. Und das sieht ganz gut aus, ne, jetzt funktioniert das. Ja, also nicht immer gleich, äh, verzagen, wenn es mal so eine Fehler kommt. Irgendwas kann nicht synchronisiert werden. In der Regel ist dann einfach, äh, das, der, diese Datenbank-Datei nicht entfernt worden. So, ähm, wie wir hier sehen, wir haben hier, äh, noch zwei weitere, ähm, Mirrorlist, nämlich einmal BlueStar Override und BlueStar als, ja, als, ja, als, als Spiegel-Server oder als Repositories für Arch. Und wir schauen mal, ob wir jetzt hier, äh, ein Update durchführen können. So wie es aussieht, ist aber das gesamte System, äh, soweit up-to-date. Und hier kommt nämlich jetzt der Fehler, den wir eben schon, äh, hatten, äh, Python-Faust-Charset und Python-Charset stehen im Konflikt. Wollen wir das eine entfernen? Wir machen einfach mal Ja und überlegen mal, was dann da passiert. So, aha, da werden nämlich dann, äh, die Updates dann durchgeführt. Äh, jetzt wird das eigentliche Update durchgeführt. Das sind ja fast vier Gigabyte im Prinzip oder drei Gigabyte an Daten, die dann jetzt hier insgesamt installiert werden. So, jetzt ist das Update soweit fertig. Das ging doch recht zügig. Das sah erst sehr, sehr viel aus. Aber wenn ich jetzt hier nochmal schaue, na, dann steht hier eben, dass alles aktuell ist. Gut, so, ähm, ja, was ist in diesen Repos drinne? BlueStar Override und BlueStar. Man muss verstehen, dass die Repositories immer in der Reihenfolge abgerufen werden von oben nach unten. Das heißt, das, was ganz oben ist, das hat Vorrang zu dem, was danach kommt. Das heißt, es gibt einige, ja, ich sag mal, BlueStar eigene, oder es gibt einige Arch-Komponenten, die BlueStar wahrscheinlich selber kompiliert hat oder selber in den eigenen Repos hat, zum Beispiel mit einem eigenen Branding, die dann entsprechend zum Beispiel die Sachen aus dem Core oder aus Extra und Multilab und so weiter überschreiben. Ja, das müssen nicht zwangsläufig alle Dateien sein, macht ja auch wenig Sinn, also es sind nicht alle Programme, sondern es sind dann wahrscheinlich einige, die dann, ja, ein spezielles BlueStar-Programm dann sind. Und das, welches das genau ist, weiß ich nicht, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Ähm, und hier unten gibt es dann noch das BlueStar-Repo, das ist wiederum ganz unten als letztes. Da hast du dann noch zusätzliche Software drinne. Zum Beispiel weiß ich, dass da zum Beispiel Yay schon drinne ist. Yay ist ja normalerweise aus, kommt normalerweise aus dem Arch-User-Repository und muss erst aus dem Arch-User-Repository herunterladen und kompiliert werden. Äh, allerdings ist, äh, in dem BlueStar-Repository Yay bereits schon vorkompiliert drin, sodass man Yay dann hier zum Beispiel über sudo pacman-s und dann Yay einfach so installieren kann. So, jetzt haben wir es richtig. So, ne? Und dann sehen wir hier, äh, Pakete werden gesucht. Yay sieht aus, als wenn das schon installiert ist. Hier oben ist quasi schon, äh, vorinstalliert. Ja, und das kommt, und normalerweise, wenn ich ein normales, nackiges Arch installiere, ähm, kann ich nicht Yay einfach so via sudo pacman-s installieren, sondern müsste es mir erst aus dem Repository, äh, aus dem AUR herunterladen. Aber hier ist es eben in diesem BlueStar-Repository schon mit drinne. Und ich mache mal N und ich glaube mit, ähm, mit Spotify ist das ähnlich. Wenn ich nochmal schaue. Genau, hier, ja, Spotify. Spotify gibt es gar nicht im, in den Arch-Repositories, sondern das ist im Prinzip ein Programm, das befindet sich in den BlueStar-Repositories, das ist quasi schon, äh, vorbereitet, so dass man es eben nicht erst aus dem Arch-User-Repository herunterladen muss. So, ich breche das Ganze jetzt nochmal ab und dann, äh, haben wir ja jetzt hier erstmal das Arch-Update durchgeführt und wir können das Ganze einmal das System neu starten, weil auch der Kernel erneuert wurde. Das mache ich einfach mit Reboot, braucht man auch kein Sudo mehr davor setzen. Das ist in einigen Distributionen noch notwendig, dass man Sudo-Reboot schreibt, aber bei Arch ist das nicht mehr nötig. So, hier sind wir nochmal im Grub-Menü. Äh, auch hier ist, äh, meine Debian-Maschine, die ja mein Datensicherungs-Server ist, wurde hier schon mit erkannt und kann sich von hier aus quasi auch starten. Das finde ich sehr, sehr gut. So, dann hier das sehr, sehr hässliche, äh, KDM. So, jetzt kommt hier eine Meldung, ein Paket nicht gefunden im AUR, das können wir einfach ignorieren, das ist überhaupt nicht so schlimm. Das passiert immer mal wieder, dass bestimmte Pakete aus dem AUR dann irgendwann verschwinden. So, ja, dann haben wir hier unseren Desktop, das hatten wir ja vorhin schon gesehen, jetzt ist auch alles auf Deutsch. Hier sind die persönlichen Ordner, kann ich auch hier draufklicken und dann öffnet sich der persönliche Ordner. Ich finde das Design jetzt nicht sonderlich schön, muss ich sagen. Es ist auch ganz seltsam hier mit der, mit den grauen, äh, Schattierungen. Ich weiß nicht, woran das hier liegt, dass das wirklich so, ja, eigentlich schlechtes Design ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier auf der rechten Seite haben wir Konki, äh, das ist tatsächlich ziemlich cool. Hier kann man dann, äh, schauen, wie die Netzwerkauslastung ist, wie dann aktuell der Speicher ist. RAM-Speicher sind wir bei unter einem Gigabyte, das ist also wirklich super, super schnell und sparsam. Und hier wie viel Festplattenspeicher wir insgesamt belegt haben. Und hier habe ich dann eben Zugriff auf die, äh, ja, regulären Ordner. Und hier unten ist auch noch ein, ja, Modul, nehme ich mal an, das ist so ein, so ein Plasma-Modul, ähm, ja, mit dem, mit dem aktuellen Wetter draußen. Und ja, es ist tatsächlich bei mir 26 Grad und sonnig gerade. Hier bei mir in, auf der karibischen Insel. So, dann schauen wir uns mal, was wir hier unten haben. Wir haben unten eine ziemlich kleine Leiste, die ist wirklich sehr, sehr klein. Das ist, äh, das Latte-Doc. Ich werde hier mal den Bearbeitungsmodus einrichten und einfach mal schauen, ob ich jetzt auf die Schnelle, äh, die Größe mal ein bisschen, äh, anpassen kann. Wenn ich jetzt hier ein bisschen größer mache, ja, okay, das ist sehr, sehr, gut, das ist natürlich sehr, sehr großzügig. Mach mal hier, ja, so ist okay. Das gefällt mir besser für mich als, äh, fast blinde Person hier. So, jetzt haben wir es wirklich sehr, sehr schön groß. Und ich nehme mal an, hier oben ist ebenfalls, äh, das Latte-Doc. Dock, nein, das ist das ganz normale Dock quasi, das KDE-Plasma-Doc. Auch hier werden wir das Ganze mal ein kleines bisschen größer machen. Ich mache mal 54, das sollte ausreichen. Äh, jawohl, können wir schließen. So. Ach so, und dann kann ich hier, äh, auch noch schließen. Und jetzt sollte es, okay, so sieht man jetzt ein bisschen besser, was es, denke mal, das ist hier für euch. Auch ein bisschen schöner zu sehen. So, was haben wir hier? Dolphin, äh, Konsole haben wir dann Gimp es vorinstalliert. Hier vorne VLC Media Player, äh, Libre Office Writer, FileZilla, Thunderbird Mail Client, Firefox Web Browser. Ich nehme mal an, das wird der normale Firefox sein. Schauen wir mal, ob der auch auf Deutsch ist. Jawohl, ist er, sehr gut. So, dann, äh, Chromium Desktop steht hier, aber Chromium Schein. Nicht installiert zu sein. Jawohl, Chromium ist nicht installiert. Aber der Link ist da. Ich könnte jetzt Chromium einfach ganz fix noch nachinstallieren. Mit sudo Pac-Man minus S und dann Chromium. So, einmal, jawohl. Und das war es auch schon. Jetzt ist Chromium auch installiert. So, kann man hier. Und jetzt wird hier auch sofort das Symbol auch schon angezeigt. Jetzt hat er das sofort, äh, erkannt. Und, äh, sollte jetzt auch funktionieren. Jawohl, da ist es auch schon der Chromium Brauer. Sehr gut. So, was haben wir hier? Pigeon, äh, so eine Chat-Anwendung. Und hier haben wir noch, äh, Transmission Queue. Auch hier, Transmission Queue ist nicht installiert, aber der Link ist da. Ja, deswegen werden wir hier einfach, äh, auch hier noch mal Transmission noch nachinstallieren. Transmission minus Qt. Jawohl. Und ist auch schon fertig. Das geht wirklich bei Arch immer rucki zucki. Und hier unten ist es jetzt auch schon, äh, sofort aktiviert. Wohin, ja, ist ein File-Sharing-Programm. Muss man vorsichtig sein und so. Lokale Sitzung. Okay. Oh, und schon läuft Transmission. Sehr gut. So, das ist im Prinzip das, was hier auf dem Dock verfügbar ist. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Also die Systemeinstellung. Hier haben wir noch den Papierkorb. Und noch, ja, ein, äh, ein Workspace-Manager oder Arbeitsflächen-Manager. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann komme ich immer auf die, ähm, auf den Desktop quasi wieder zurück. Gut, so, äh, hier oben auf dem KDE-Plasma-Menü oder auf dem KDE-Plasma-Symbol haben wir dann auch Zugriff auf das Hauptmenü. Und hier haben wir dann im Prinzip Zugriff auch wirklich auf alle Programme, die schon vorinstalliert sind. Und da ist es eine ganze Menge. Ich sehe hier Vim zum Beispiel ist schon vorinstalliert. Auch der HP-Device-Manager. Das ist aber eher für Drucker und Scanner gedacht. Also nicht für, ich habe ja einen HP-Rechner. Das ist ja hier eine HP-Labormaschine. Aber da, äh, das hat damit nichts zu tun. So, dann gibt es hier KALU. KALU hat uns ja hier immer so eine Meldung ausgespuckt. Genau. KALU ist quasi im Prinzip so eine Art, ich nehme mal an, ja, ein Update-Manager direkt für, für Arch. So, ansonsten die üblichen Verdächtigen. Hier gibt es noch weitere Programme. Okay, das ist ein Taschenrechner. So, bei Einstellungen haben wir den NVIDIA X-Screen-Einstellungen. NVIDIA X-Server-Einstellungen ist hier vorinstalliert, obwohl ich keine NVIDIA-Grafikkarte eingebaut habe. Das zählt dann quasi unter Bloatware in dem Moment. So, ich habe hier einen Grub-Customizer. Ich kann also den Grub-Bootloader entsprechend, äh, ja, einstellen, wie ich das haben möchte. So, unter Entwicklung haben wir noch ein paar, ja, Entwicklungsumgebungen dabei, wie zum Beispiel J-Edit. Äh, Kate ist dabei und der, äh, der Cute-Designer. Und ich nehme mal an, in der, äh, Bluestar-Developer-Edition wird das Ganze hier dann auch noch vollgepackt sein mit, was weiß ich, VS Code und, äh, Python IDE und so weiter und so fort. Was wir jetzt aber hier alles gar nicht haben und nicht brauchen. So, unter Grafik ganz einfach ein paar Fotobearbeitungsprogramme, Digicam zum Beispiel, aber eben auch Gimp und, äh, Grenview, dann noch ColorChooser. So, so unter Internet, da haben wir gerade schon gesehen, Chromium haben wir gerade selber installiert. Firefox ist drauf und FileZilla ist auch schon vorinstalliert, Thunderbird. Und WPA-GUI, wer also WLAN, äh, hat, der hat dann für WPA-GUI, kann dann hier auch sein WLAN-Adapter, äh, aussuchen. Und dann werden hier eben die WLAN-Netzwerke angezeigt und dann kann man sich da eben drauf verbinden. So, ich habe keinen WLAN-Adapter eingebaut, deswegen funktioniert das bei mir nicht. So, dann Lernprogramme, äh, da haben wir nichts weiter, lieber Office Master wird hier angezeigt. So, Multimedia, der Amarok, äh, Player. Wirklich ein Urgestein in Sachen Audio-Player. Lässt sich gerade nicht öffnen, was sehr schade ist. So, Gnome CD Master, gut, wer, äh, ich weiß nicht, ob CD-Brennen überhaupt noch so ein Ding ist, sodass man das noch, äh, installieren muss. Genauso wie K3B, was ebenfalls ein Brennenprogramm ist. Aber wir haben noch Jukebox und, also, Jukebox ist auch eine Musik-Player und den VLC-Media-Player. Gut, Spiele, haben wir ein paar Kartenspiele, das ist nur eins, also quasi sowas wie Solitaire, K-Patience. Dann haufenweise System-Sachen, Einstellungen und so weiter. Vieles ist direkt bei KDE Plasma mit dabei. Und dann gibt es hier noch Octopie. Ich glaube, das ist ein, ja, eine Synaptics-Alternative für Arch. Arch, ja, das ist also im Prinzip so eine Art Software-Manager, der sich ein bisschen an Synaptics, an die Synaptics-Paketverwaltung erinnert. Ja, und dann war es das im Prinzip. Dann haben wir hier nochmal den Bluestar-Linux-Installer. Da ist also Calamares nochmal drauf. Please donate, führt uns dann zu einem PayPal-Link. Dann können wir da noch ein bisschen spenden, wenn wir das möchten. Und das war es im Prinzip auch schon. Grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht. Das ist ein sehr, sehr cooler Einstieg für, ja, Arch-Anfänger. Was mir, wie gesagt, nicht ganz so schön gefällt, ist dieses Design im Prinzip. Weitere Einstellungen zum Erscheinungsbild. Da möchte ich mal schauen, ob wir da irgendwie noch im Design irgendwas machen können. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich den Mond damals bei der Installation auch ausgewählt habe. Moon over Sea wird aber tatsächlich irgendwie nicht angezeigt. Es wird immer dieser Baum hier nur angezeigt. Und hier auf den Vorschau, auf den Thumbnails sind auch, ist auch das Candy, das Icon Candy Theme aufgelistet. Was ja auch nicht der Fall ist, weil es ein anderes Icon Theme ist. Das ist ziemlich kurios, nicht sehr, nicht so dolle schön gemacht. So, ah ja, okay, jetzt hat er das Ganze ein bisschen geändert. Ah, ich hatte da noch keinen Haken drin gehabt. So, das machen wir mal bei Arbeitsflächen und Fensterlayout. Anwenden, okay, jetzt ist der Mond auch da. So, das sieht jetzt sehr, sehr schick aus. Ich finde diesen Kontrast halt dann deutlich besser. So, hier oben ist das Ganze wieder ein bisschen kleiner. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ja, Fensterdekoration ist wirklich nicht sehr, sehr intuitiv. Nicht sehr, nicht sehr schick. Aber gut, da muss man dann gucken, was man denn so haben möchte. So, was ich aber jetzt mal noch installieren möchte, was mir überhaupt nicht gefällt, ist halt KDM. Der, äh, dieser, äh, dieser, ja, Window Manager quasi, ähm, dieser Desktop, dieser KDE Desktop Manager, dieser alte noch aus den alten, äh, aus der alten KDE Oxygen, Oxygen-Zeit. Und ich will mal schauen, ob wir hier SDDM einfach installieren können, weil SDDM gefällt mir dann doch ein bisschen besser und ist natürlich ein bisschen moderner auch. Und das machen wir einfach mit sudo, tagman, minus s, und dann SDDM. Jawohl. So, dann ist er auch schon fertig. Oder machen wir noch sudo systemctl, systemcontrol, da müssen wir nämlich SDDM noch festlegen. Enable, äh, SDDM. So. Und dann ist er im Prinzip fertig. Und dann machen wir noch mal Reboot, ne? Starten wir mal neu und gucken, ob das auch funktioniert hat. Ah, schon besser. Das nenne ich doch, das ist doch schon mal ein sehr viel, ja, schönerer Login-Bildschirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings ist das natürlich Geschmackssache. Und, äh, ja, SDDM kann man natürlich dann in Grund und Boden konfigurieren, so wie man es dann braucht und wünscht. Und, äh, dann möchte ich das hierbei auch dann einfach mal belassen und quasi jetzt schon mal zu einem, ja, kleinen Fazit kommen. Also, was ist Bluestar Linux? Also, Bluestar Linux gibt es tatsächlich schon ziemlich lange. Ich glaube, seit 2013. Und ist im Prinzip ein, ja, modifiziertes Arch Linux. Was aber nur leicht modifiziert ist. Es ist schon in seinem Kern ein Original Arch und kommt mit einem recht schicken Design daher und hat mit seinen eigenen Repositories bereits einige Programme und Software schon vorbereitet, die man sonst nur aus dem Arch User Repository ziehen muss. Ich denke mal, äh, dieses Betriebssystem ist für, äh, Leute ziemlich gut, die auf die Schnelle mal ein kleines Arch installieren möchten. Ein sehr, sehr hübsches mit KDE-Plasma. Wobei ich, wie gesagt, immer noch nicht mit diesem Fenster hier, mit diesen Farmen hier so richtig einverstanden bin. Ich finde das wirklich überhaupt nicht schön. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Und, ähm, auch das mit dem Konki an der Seite finde ich, äh, super, super schick. Ähm, allerdings, ob das, äh, alles so notwendig ist, auch mit den, mit den Symbolen auf dem Desktop und die Leiste unten, äh, das muss jeder auch für sich entscheiden. Grundsätzlich ist das ein Betriebssystem, was unfassbar pflegeleicht ist, zumindest auch aus Entwicklersicht. Denn es muss nicht allzu viel aktualisiert werden, da das meiste oder so ziemlich alles Original Arch ist. Es wird dann lediglich einmal im Monat die ISO aktualisiert, zusammen mit den, mit der Original Arch ISO, äh, so dass das Ganze dann, die Pakete dann immer relativ aktuell sind. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.